Fass gut ab, mein Name ist Shadi Totoro und heute gehen wir an den Webvideopreis. Wir sind in Syriaco und... Ok Google, Stage 1. Wir sind jetzt angekommen und wir sind richtig hart gelinkt worden, weil alle VIPs sind da oben. Und wir sind einfach unten am warten und es geht in 50 Minuten los. Warten wir noch ein bisschen und dann geht die Show los. Wir haben mit Ville einen Platz gefunden, der Steu hier. Und es geht jetzt in einer halben Stunde los, haben wir gesehen. Wir sind echt getriggert worden, wir dürfen einfach nicht da oben. Egal, wir sehen, wenn die Show los geht. Es geht los. Wie geht's? Haben wir es jetzt? Haben wir das Ticket gewonnen? Ja, voll. Alle nehmen so langsam ihre Blatze, wie man sieht. Und hier oben laufen VIPs runter. VIPs. Vor allem eigentlich ziemlich auf die Show. Es sieht mega geil aus. Also die Halle ist... Die Halle ist echt jass und... Vor allem auf die Show. Keine Angst, wir sind noch nicht live. Ich muss sonst bei anderen Fernsehproduktionen sagen, bitte die Handys aufstellen und so. Selbstverständlich nicht heute. Ihr dürft so viel filmen, wie ihr wollt. Genau da sitzt Julien Bam vor uns im Krispy World. Und es geht los. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen und Herren. Es sieht super aus. Und der Gewinner ist... Zacky's World mit wenn Aliens wie euch landen würde. Rückseh Elia, rückseh. Ladies and Gentlemen, das sind die Nominierten in der Kategorie Lifestyle. Jo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Willst du mal wieder Zeit für einen neuen? Es ist wieder mega geiles Wetter draußen. Richtig neid. Und der Gewinner in der Kategorie Lifestyle ist... ...Faith MQ. 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 der sich heute eingeladen hat als Redner. Der Gewinner der Catebrie First of the Year ist... Gabi Rano! Der typische Römerkleid. Du stellst die Frage bis zur Frage. Es gibt keine Frage, es gibt glaube ich jetzt ein Dankesrede. Die ist schon angebracht, Gabi Rano. Ich würde sagen, wir bedanken uns für das Zuschauen. Wir gratulieren nochmal allen Gewinnern. Es gibt jetzt einen Riesenapplaus von unserem Publikum, die Kamorra von Rosanna und nachher fantastische Musik von Double Fantastic. Einen schönen Abend, danke fürs Zuschauen. Die Show ist fertig. Wir haben ein Foto mit Vincent Lieber. Wir haben uns auf die Bühne gesneigt, aber wir sind abkriegt worden. Ja, ist gut. Egal, das Foto haben wir. Das Thumbnail ist safe. Wir gehen jetzt in Burger King oder Mac. Und dann erzählen wir noch ein bisschen, wie das gesamte gesehen ist und so. Das war die Show vom Webvideopries. Ich bin jetzt schon wieder zuhause. Und wir haben dann nächsten Morgen, es ist ab 10 Uhr, ich bin das Video am schneiden. Noch ganz kurz zum Event. Das Event war eigentlich ziemlich geil. Es war sogar besser, als dass ich es mir vorgestellt habe. Weil Stage 1 als Location habe ich mega geil gefunden. Es war so alt mit neu vermischt. Es war so ein Bahnhof. Und war richtig gut gefunden. Es war Ask Switzerland. Er hat etwas geredet. Er hat einfach besser geredet als die Co-Moderatorin, die eh nur Scheiss geredet hat. Es hat so ein paar Fehler in der Show gehabt. Aber für das es der erste Webvideopries war, habe ich es ziemlich gut gefunden. Ich war nicht im VIP. Aber naja, das wollen wir machen. Darum sind wir dann ja früh gegangen. Aber allen in allem, es war ein ziemlich geiler Event. Und ich hoffe, es gibt einen nächstes Jahr... Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so ein Event gibt. Und dann, Jungs, dann gewinnen wir das. Dann gewinnen wir das einfach. Ist ganz easy. Und bevor jetzt das Video fertig ist, gibt es noch einen ganz kurzen Clip. Dann müsst ihr euch einfach anschauen. Das ist einfach nice. Riesen Applaus für den Crispy Rob! Hallo! Welches Outfit ist denn nun besser? Und dann ist das gesehen von dem Video. Ciao!